hallo meine leute und herzlich willkommen zu einem kurzen info video hier ja wir sind jetzt mal gerade mit den formel 2 fahrzeugen am start denn ja ich wollte euch zumindest ein bisschen formel 1 zeigen auch wenn ich die formel 2 fahrzeuge nicht so geil finde dachte ich mir kommen probieren wir die doch mal aus und ja ich habe mir dafür jetzt einfach mal frankreich ausgesucht und ja habe mir jetzt einfach mal den günter genommen im bwt formel 2 fahrzeug und ja werde jetzt hier versuchen ein bisschen durchs feld zu flügen aber das soll gar nicht der sinn des infovideos hier sein sondern ja eigentlich sollte ursprünglich heute eine folge formel 1 2019 in der karriere kommen aber leider gab es während des uploads einen stromausfall bei uns auf der straße ja wodurch dann leider das video natürlich nicht weiter hochgeladen wurde und ja ich stand jetzt leider da und habe gesehen ist mein video ist gar nicht hochgeladen und ja kann euch dementsprechend das video nicht mehr rechtzeitig zur verfügung stellen also das braucht noch weit über die hälfte zum hochladen von daher das schafft schaffe ich definitiv nicht mehr wenn ihr das sind pünktlich für 18 uhr haben wollt ansonsten wird wahrscheinlich erst so weiß ich nicht 19 20 uhr frühestens wenn ich sogar später weil ich weiß nicht ob youtube das diesmal hinkriegt den upload dann an der stelle vorzuführen oder ob ich das komplette video wieder neu hochladen muss deswegen dachte ich mir machen wir jetzt ein kurzes schnelles info video wo ich dann euch darüber informiere dass wahrscheinlich heute kein formel 1 2019 video von der karriere mehr kommt aber ich werde das definitiv nachreichen und zwar werde ich es dann obwohl ich an dem tag normalerweise kein video hochgeladen beziehungsweise kein video normalerweise auf meinem kanal kommt diesmal am samstag das video machen beziehungsweise euch das video dann zeigen denn ja es ist jetzt formel 1 am wochenende und von daher passt das schon wenn wir dann da auch ein bisschen formel 1 noch am wochenende zeigen war eigentlich ja nicht so halt geplant mit dem samstag aber ich denke mir da kann man definitiv mit leben wenn wir das jetzt hier so machen und ja wie gesagt echt schade also ich hätte es euch gerne halt schon am freitag um 18 uhr gezeigt aber so wird es dann leider doch am samstag werden warum das jetzt ein stromausfall gab hier auf der straße wissen wir selber noch nicht also das ist noch ein bisschen unklar aber ich konnte natürlich von meiner arbeit aus da auch nichts machen also dementsprechend ja konnte ich da auch nicht sagen ja ich starte den upload einfach während der zeit neu weil ich war ja gar nicht zu hause und ja da war das dann ein bisschen schwierig mit dem upload deswegen wie gesagt ja klappt das leider nicht aber ich hoffe ihr könnt das verschmerzen und ja das video wird dann aber auf jeden fall morgen also am samstag so gegen 12 uhr glaube ich werde ich dann schon freischalten anstatt 18 uhr und ja dann sollte das eigentlich hinhauen ja das rennen hier das werde ich trotzdem für mich jetzt weiterfahren aber ich werde mich jetzt mal schon mal bei euch wieder verabschieden damit das intro video auch kurz bleibt und das auch rechtzeitig hochgeladen ist und würde sagen ja ich mache an der stelle schluss und wünsche euch dann viel spaß beim form 1 rennen was dann am samstag bei mir auf dem kanal kommt also bis dann leute bis dann